Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute haben wir eine Folge MarioCut für euch. Und viel Spaß beim Anschauen. Es geht jetzt los. Jetzt! Ah, okay. Jetzt. Wie funktioniert das? Ähm, Mario Party. Aber man muss würfeln, oder wie? Was muss man hier machen? Du hast eine 5 gewürfelt, okay. Alle stehen hier gerade im Weg. Was ist das denn? Achso. Ah, okay. Was muss man machen? Das weiß ich noch nicht. Ah, jetzt geht's los. Ah, das kenne ich irgendwo her. Achso, in 3 Sekunden geht's los. Jetzt. Ah, man muss auf den Oberflächen. Hopp. Okay. Hopp. Nein, man muss immer springen. So. Ah, da ist die erste Fläche. Ja. Ha. Wo ist der nächste? Ja. Nein, nochmal von vorne. Nein. Ha. Wow. 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 Ne, ne, ne. Warte mal. Oh. Äh, ja. Genau. Ha. Ha. Ah, man muss ein bisschen abspringen. Ha. Hier. Ha. 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 Jetzt aber. Komm. Ha. Nein, nicht schon wieder. Oh. Man muss. Was? Verloren hat. Hat es jemand schon geschafft? Oh, ich bin's. Äh. Ähm. Dritter, glaube ich. Äh. Deine Platzierung. 2. Okay. 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 Was wird das jetzt? Ähm. Okay. Warte mal. 3, 2, 1, go. Gut. Ähm. Hi, Mädel. Na? Sieht aber scheiße aus. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Kenn ich nicht. Was muss man denn machen? Ist das ein Rennen oder was? Ha. Doch, das ist ein Rennen. Ha. Na, oh. Oh. Man darf nur nicht auf die Dinger gehen. Ha. So. Nein. Was ist denn jetzt los? Was ist das? Wie funktioniert das? Hä? Was? Was, Digger? Was? Was ist das? Wie funktioniert das? Das ist nur ein Rennen. Hä? Hä? Achso, man darf nicht auf das Rote. Oder? Hä? Erstmal verstehen. Was? Schon verloren? Ja. Anscheinend. Was muss man denn machen? Ich verstehe das noch nicht. Na, ihr könnt das ja gerne in den Kommentaren schreiben. Und dann wieder erzählen, wie das funktioniert. Vielleicht möchtet ihr auch weiter mitspielen. Dann schreibt mich einfach an. Und dann kriegen wir das schon auf die Reihe. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt rückgesetzt. Okay. Warum? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber egal. Das ist mir egal, ja? Ähm. Wann geht's los? Ah, jetzt. Oh, was muss man machen? Reihenfolge. 3, 2, 1. Achso. Was willst du mit einem von den Knöpfen? Merke dir die... Okay. Hä? Hä? Okay. Hä? 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 Okay. Reihenfolge. Genau. Aha. 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 Okay. Ich bin gut. Pass auf. War das das? Achso. Okay. Hä? 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 Okay. Ich versuche es. Hä? 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 Nein! Ah! Ha! Ich hab verkackt. Ein war... Einer war zu viel. Geht's weiter. Na, eine 2, ja? Dankeschön. Okay. Ähm. Ähm. Du bist... Okay, man versteht das noch nicht so genau, aber... Ähm. Ja. Ist ja auch mein erstes Mal mit diesem Spiel Mario Party. Ähm. Und jetzt? Erstmal warten. Wo sind wir denn jetzt hier? Beginnt. Okay. 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 Es geht los. Oh! 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 Da. Da, ja! Endlich mal kämpfen. Oh! Oh! Warum sterbe ich immer so schnell? Das verstehe ich nicht. Muss man nicht verstehen. Ach, egal. Muss man nicht verstehen. Alles klar. Noch eine Runde. Ich lebe noch. Komm her. Du Lappen. Auf in den Kampf. Ja! Oh wow. Oh wow. Das war... Kack das. Ah! Ich will auch mal kämpfen. Ich will auch mal. Mann! Immer für... Oh! Ich will auch mal. Ey! Nie bekomme ich die Chance. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ich weiß nicht, wie das so funktioniert mit den Feldern und so, aber... Nein, ich spiele einfach dieses Spiel. Ich verliere schon. Knockout. Ja. Und? Aha. Das erste Spiel, das kannte ich, aber dieses... Diese hier noch nicht. Was muss man hier machen? Ja, beginnt in... Ja. Ich weiß gar nicht, was man machen muss. Stand der da bestimmt gerade, aber... Achso, wie ein TNT ist das. Etage für Etage, glaube ich. Ja, so ähnlich. Aber es geht weiter. Oh! Ah, einen habe ich doch schon mal. Wunderschön. Schön bunt. Gefällt mir. Oh, komm her. Nein. Nein. Nein! Oh, das Glas geht ja auch kaputt. Toll. Die schlagen sich hier alle nur. Was ist das denn? Oh, Glas. Und TNT. Oh. Interessant. Nein! Oh, das ist richtig geil. Dieses Spiel. Ah! Okay, das ist hier kaputt. Ja, der ist runtergefallen. Ja, der hat keine Chance. Oh, sehr gut. Wie viel Prozent? Wie funktioniert das denn? 27 Sekunden noch? 24? 23? 23? Äh, okay. Nein, mich nicht. Mich nicht. Mich nicht. Nein! Ich will doch nicht runterfallen. Dafür bin ich nicht geeignet. Leute. Nein! Leute! So geht das gar nicht. Okay. Ja, vorbei. Nächste Runde. Da sind mehrere Spiele hier drin. Das ist richtig geil. Muss man nicht immer in die verschiedenen Lobbys reingehen. Ja, vier. Los. Geht's. Welche Spiele haben wir denn hier jetzt? Sieht auch interessant aus. Na, du Süße? Sieht aber recht hässlich aus. Seelensturm. Ist eine Deutsche. Kann ich verstehen. Okay, wie funktioniert das hier? Habe ich schon wieder was verpasst hier? Wie das funktioniert? Es beginnt in Jump in One. Okay. Ähm, ja. Habe ich schon gewonnen? Runtergefallen. Ist mir klar. Habe ich schon verloren? Achso, man muss da hochklettern. Ich werde hochklettern, Mann. Nee, finde ich runterfallen. Man muss klettern. Warum sagt man mir das nicht? Keine Ahnung. Ich muss mit mir selber spielen hier. Hopp, hopp. Oh, zwei Minuten hat man ja. Ich kann das nicht. Fällt doch immer wieder runter. Nein. Ich bin sehr gut. Sehr guter Spieler. Mir kann man vertrauen. Auch wenn ich verlieren. Erfäre. Da komme ich doch gar nicht um die Ecke. Leute. Ah, äh, es funktioniert. Handsome. Unsicher. Ähm. Soll ich nach um die Ecke kommen? Wie soll ich da weiterkommen? Das weiß ich nicht. Achso. Achso. So, man kann nix hier kaputt machen. Oh, Mann. Äh. Nein. Ich kann das nicht, Mann. Nein. Höh. Höh. Oh, ich muss einfach da dran springen. Was ist das denn? Na. Nein. Wie soll ich denn die Leiter bekommen? Ja, geht doch. Geht doch. Ich bin Profi hier. Ja. Sicher. Ah, okay. Ja. Ja. Geil. Äh. Da lang? Ähm. Ähm. Das schaffe ich nicht. Aber egal. Ja. Ja. Habe ich doch gesagt. Ich muss erst mal ganz hoch hier. So. Vielleicht noch einen höher. So. Ja. Oh. Oh, schon vorbei? Ja, schon vorbei. Oh. 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 Ein Spiel machen wir noch. Vier. Schon wieder in vier. Warum wir wir fielen immer in die vier? So. Ja. Schönes Häuschen da drüben. Heiße Kartoffel, ja. Tummi auch. Irgendwie jeder gegen jeden schon wieder. Aha. Lass mich noch so ein bisschen verstecken. Ach so. TNT. Jemand hat TNT auf dem Kopf. Ich hab TNT. TNT. Oh oh. Ähm. Alles klar. Ja, ich hab verloren. Okay, das war's meine lieben Zuschauer von dieser Folge. Es kommt in zwei Tagen wieder ein neues Video raus am Mittwoch. Äh ne. Ja, am Mittwoch. Montag, Mittwoch und Freitag mal kauft. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.